Für Eintracht Frankfurt und wunderbar herausgespielt dieser Treffer, der öffnende Pass, Uwe Bein natürlich der Mann mit der Idee und Gaudino, hier sehen Sie es, Bein toll gespielt in die Gasse, da schauen Sie, ist er abseits, war er nicht und mit dem Außenriss, Maurizio Gaudino zum 1 zu 0 für Eintracht Frankfurt. In Wien hatte er die gleiche Chance eigentlich, ähnliche Position, da ging es vorbei. Befreiend der Jubel hier, 1 zu 0 für Frankfurt und damit steht es.